Ja Leute, jeder redet über die MetaQuest 3, die ja im Oktober kommt. Aber ist denn dieser Hype gerechtfertigt? Dieser Frage gehen wir mal in diesem Video nach. Ich bin der Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Danke an meine Sponsoren, Voodoo.s.VR, Off-On-Man-Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de Ja, die MetaQuest 3. Ja, ich habe ja schon einige Videos dazu gemacht, was alles kommt und als sie angekündigt wurde und so. Ja, es ist halt ein Standalone-Headset wie eben die MetaQuest 2, die ich hier auch schon habe. Und ja, die Quest 3, die wird ab 570 Euro kosten in der 128 GB-Version, was natürlich schon deutlich mehr ist als hier. Die kostet nur 350 Euro, also wir haben 220 Euro mehr. Dafür haben wir eine höhere Auflösung, eine schnellere Performance, mehr Komfort und auch andere Controller. Also die von der Quest 3 sind ungefähr so wie diese hier. Das sind die Controller für die Quest Pro. Ja, also so ungefähr sehen die aus dann. Ja, ohne diesen Ring drumherum. Also die Controller werden sicherlich bequemer in der Hand zu halten sein und so. Und die Quest 3 wird auch wieder PC-kompatibel und das Ganze wird dann auch Mixtuality unterstützen. Da wollen sie ja auch viel mit machen. So, wie sieht es denn jetzt aus? Ist denn der Hype überhaupt gerechtfertigt darum? Solltet ihr euch jetzt alle auf das Ding stürzen? Ja, die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, also das hängt natürlich von so vielen Faktoren ab. Wir haben zum Beispiel diese Mixtuality-Sache. Meta macht da unfassbar viel Werbung mit. Da sind ja vorne diese drei Kameras mit Tiefen, Sensor und alles, sodass wir auch Mixtuality-Content machen können. Aber gibt es denn überhaupt genug, wird es denn überhaupt genug Mixtuality-Content geben? Und ist der auch schon wirklich geil? Weil, um ehrlich zu sein, alles was ich bisher in Mixtuality gesehen habe, war einfach nur so, ja, einmal kurz geguckt und ja, ist schön zu haben, ist ganz witzig, braucht aber letztendlich keinen Mensch. Das kann natürlich bei der Meta Quest 3 auch anders sein, ja. Aber schauen wir mal. Ja, also ich habe das, ich habe die Befürchtung, dass das vielleicht nicht so geil wird, wie Meta das so hypt, ja, dieses Mixtuality. Dann die nächste Sache ist, es gibt im Prinzip noch keine Spiele, wo ihr explizit die Quest 3 für braucht. Also bis jetzt noch nichts angekündigt worden, wo man jetzt explizit die Quest 3 haben muss. Also alles, was man im Meta-Store findet, kann man auch auf der Quest 2 zocken. Sogar die angekündigten Spiele. Das kann sich natürlich auch noch ändern. Ich habe jetzt zum Beispiel was im Meta-Store gefunden. Das Spiel nennt sich Journey to Foundation. Könnt ihr mal reinschauen. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch so, da steht als kompatible Vererberin die Meta Quest Pro und ein unbekanntes Gerät. Die Quest 2 steht nicht mehr drin. Ob das jetzt ein Fehler ist, kann gut sein, ist mir aber nur aufgefallen. Also vielleicht gibt es ja doch schon die ersten Spiele so langsam, die nur auf der Quest 3 laufen. Das sind aber wirklich entweder gar keine oder nur ein paar. Ja, und das ist auch so eine Sache. Wenn ihr die Quest 2 halt noch habt, dann könnt ihr trotzdem noch alles damit spielen. Ja, und das ist halt auch so eine Sache. Soll ich dann 220 Euro extra ausgeben, nur um eine bisschen bessere Auflösung zu haben und ein bisschen besseren Komfort vielleicht? Das muss sich alles rausstellen, ja. Also mit der Quest 2 seid ihr natürlich auch noch gut aufgehoben. Das ist ganz klar. Die nächste Frage, die sich mir stellt, wie gut funktionieren die neuen Controller? Weil bei den Meta Quest Pro-Controllern haben wir zwar auch den Ring nicht, aber dafür haben wir eingebaute Kameras hier. Und das ist in der Quest 3 in den Controller nicht, ja. Wir haben weder den Infrarot-Tracking-Ring noch die Kameras. Und da stellt sich mir die Frage, ist das Tracking wirklich gut, ja. Das ist auch so eine Sache, wo ich dann euch rate, wartet auf mein Review. So, und dann kommt es natürlich darauf an. Meta macht ja auch Werbung, ja, das hat eine viel bessere Performance. Und wie sieht es dann aus mit den Spiele-Upgrades? Wir wissen ja, dass einige Spiele auf der Quest 3 dann besser aussehen werden. Zum Beispiel Vampire, The Masquerade, Justice, ja. Das soll ja auch dann besser aussehen. Aber wie viele Upgrades von den Spielen gibt es, ja. Weil die werden nicht unbedingt automatisch besser aussehen auf der Quest 3, nur weil die eine bessere Hardware hat. Das muss ja auch teilweise durchaus angepasst werden. In den meisten Fällen. Und auf diese ganzen Sachen kommt es an, ja. Wie gut ist Mixed Reality? Wie viele Spiele werden in den nächsten zwei Jahren kommen, die nur für die Quest 3 sind? Wie ist das Controller-Tracking? Wie sind die Spiele-Upgrades der bereits bestehenden Spiele? Deswegen, um ehrlich zu sein, ist es noch nicht so gerechtfertigt, das so krass zu hypen, dass man jetzt sagt, okay, du musst das unbedingt haben, ja. Ich freue mich unfassbar auf die Quest 3. Gar kein Thema. Es gibt eigentlich nichts, wo ich mich mehr drauf freue. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen erstmal abwarten, ja. Auf jeden Fall. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, sicher, das Ding wird gut, ja. Und das wird auch wieder ordentlich Aufriss geben in der VR-Welt, ja. Aber beachtet diese ganzen Sachen, die ich euch gesagt habe. Und vielleicht, wenn ihr nicht ganz so ungeduldig seid, ich bin extrem ungeduldig. Ich werde das Ding natürlich sofort mir zulegen, wenn es verfügbar ist. Aber wenn ihr geduldiger seid als ich, dann wartet vielleicht auf mein Review, ja. Dann werde ich euch sagen, wie gut ist das Tracking von den Kontrollern? Ist der Komfort wirklich so gut? Ist das alles so gut, dass sich der 220-Euro-Aufpreis lohnt, im Gegensatz zur Quest 2, ja. Wartet also ein bisschen. Jetzt ist die Frage, wie stark ist euer Hype-Train befeuert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lässt euch das alles kalt. Freut ihr euch unendlich drauf? Das würde mich auch mal sehr interessieren. Ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen Klarheit über den Hype gebracht. Wenn ihr irgendwelche Fragen zur Quest 3 habt, gerne in die Kommentare. Wichtig ist, wir können die Quest 3 auch am PC wieder anschließen. Das ist auch eine ganz interessante Sache für alle, die zum Beispiel dann erstmal so einsteigen wollen in die virtuelle Realität. So ein paar Standalone-Spiele, die nur auf der Quest laufen. Und dann aber später auch diese High-End-Spiele, wie zum Beispiel den Flugsimulator oder Rennsimulationen oder Half-Life Alyx oder so. Die könnt ihr ja auch alle auf der Quest 3 spielen, wenn ihr dann später einen Gaming-PC habt. Das geht auch. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.